Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 11. April 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 599 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Oppo 5G, Sprachsteuerung, Galaxy A und tvOS 12.1. Und ich beginne gleich mit einem, ja, wieder mal, was in der Schweiz startet oder so ziemlich, bei 5G bin ich nicht ganz sicher, aber ziemlich weit nach vorne ist. Zumindest 1996 hat man zuallererst hier in der Schweiz Prepaid eingeführt, 2004 Mobile Unlimited als Weltneuheit eingeführt und im 2012 wurde das erste 4G-fähige Netz in der Schweiz aufgebaut und auch, wie wir mittlerweile wissen, sehr gut ausgebaut. Heute kam der Startschuss mit dem Oppo, ein Smartphone aus dem Hause Oppo, also auf dem Rahmen Renault, wie auch immer hört, wie man das dann auch immer ausspricht, welches das erste im Verkauf befindliche 5G-Smartphone ist, was man hier eben nutzen kann. Später kommt dann noch LG und Samsung und Huawei hinten nach, aber wie gesagt, im nächsten Monat startet als erstes eben dieses Oppo-Smartphone. Was daran sehr speziell ist, ist, dass es eine ausklappbare oder eine ausfahrbare Selfie-Kamera hat, so mit einem riesen Screen ohne irgendwelche Notch und sonstige Geschichten. Und eben, es ist 5G-fähig. Wenn man bei der Swisscom zum Beispiel, jetzt in diesem Beispiel, noch 10 Franken oben drauf wird, hat man theoretisch bis zu 2 Gigabit in der Sekunde, auf die man zurückgreifen kann. Wenn man die 10 Franken nicht reinwirft, immerhin 100 Megabit in der Sekunde. Und das eben vor allem in der Breite. Das wird spannend und bis Ende Jahr soll auch die Schweiz abgedeckt werden, also soweit wie immer typisch 80% der Bevölkerung und dann eben auch die Bergregionen und anderen Gebiete. Bei uns hier in der Umgebung haben wir schon 6 Antennen und die nächste hier im Dorf kommt nächstens dazu. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, 5G geht in die Startlöcher oder startet richtig. Zum Thema Sprachassistenten gibt es, und da möchte ich euch vor allem auf den Link hinweisen, bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ch, einen Bericht aus der NZZ Neuer Zürcher Zeitung. Sprachgescheuerte Computer an meiner Stimme merkt Alexa bald, dass ich krank bin, bevor ich es selber weiss. Da schreiben sie ein bisschen über die Gefahren und Möglichkeiten und Wege, die eben solche Sprachassistenten gehen. Auf jeden Fall ein sehr lesenswerter und auch ausführlicher Artikel. Dann gehen wir aber weiter mit News. Bei Samsung wird ein bisschen was umgestampft, besser gesagt eingestampft. Die Galaxy J-Reihe, die gibt es nicht mehr und oder wird in der Galaxy A-Reihe aufgehen. Das heisst, die eher günstigeren Smartphones aus dem Hause Samsung werden in Zukunft unter der A-Schiene laufen. Und da kann man sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, daran orientieren. Das Galaxy A8 zum Beispiel, das ist über 500 Euro, kommt in diesem Jahr raus. Das 7er ist dann unter 500 Euro um 2020 und so weiter. Da gibt es dann so Abstufungen, wo das Ganze dann preislich immer weiter nach unten geht und dennoch immer noch solide Hardware. Wenn man die Galaxy A-Reihe anschaut, welche Samsung am Mobile World Kongress vorgestellt hat, sind das wirklich solide Geräte für einen tollen Preis mit einem schön gestalteten, und das sage ich mittlerweile, Android drauf, was man sich mal anschauen muss, wenn man nicht unbedingt zum Flaggschiff greifen möchte. Mehr dazu übrigens auf tv.geektalk.ch. Da gibt es ein Video über die Samsung-Neuenheiten vom Mobile World Kongress und wie gesagt, da ist eines dieser A-Modelle dabei. Zu guter Letzt gibt es noch einen kleinen Hinweis für allejenigen unter euch, die eine Apple TV besitzen. Es ist eine neue Version draussen vom tvOS, die Version 12.2.1. Besitzer einer Apple TV 4 und 5 sollten sich das runterladen, sofern sie es nicht eaktiviert haben, dass das automatisch passiert. Da sind vor allem kleinere Geschichten mit drin und Security-Bugfixes somit unbedingt installieren, wenn ihr, wie gesagt, so eine Büchse besitzt. Büchse, so ein Media Center besitzt. Das war es dann auch mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt das mitnehmen können und ja, euch noch einen erfolgreichen Tag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen am Donnerstag wieder hören und oder besser gesagt, ihr mich hören mögt. Und ja, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.